Nachdenkseiten. Die kritische Website. Allein die 40 Projekte in Regie der städtischen Wohnbaugesellschaft Hovoge könnten zwölfmal so teuer werden. Mindestens. Dafür gingen die Arbeiten reichlich verspätet los und werden wohl bis 2031 andauern. Mindestens. Das ist der Preis, den die Berliner zahlen müssen. Für eine Privatisierung, von der die Macher sagen, es sei gar keine. Baulöwen, Banken, Versicherer und Hedgefonds können sich freuen. Maximal. Endlich wieder Schule. Oder endlich überhaupt eine Schule. Und was für eine. Am Montag öffnete die erste Lehranstalt Made by Hovoge ihre Pforten in Berlin-Lichtenberg an der Allee der Kosmonauten. Wie passend. Das Ding strebt wahrlich hoch hinaus. Auf fünf Stockwerken und 21.000 Quadratmetern bietet es modernste Lernumgebung für 1600 Kinder und Jugendliche. Das Monstrum ist so wuchtig, dass es gleich zwei Schulen Platz bietet. Einer integrierten Sekundarschule und einem Gymnasium. Und es ist, man höre und staune laut den Worten von Hovoge, der bislang größte Schulneubau der Berliner Schulbau-Offensive. Die Macher legen Wert darauf zu betonen, dass der Trakt in weniger als drei Jahren aus dem Boden erwachsen ist. Zur Wahrheit gehört aber, die BSO wurde 2016 aufgelegt, also vor acht Jahren. Und fünf Jahre lang hat die Hovoge damit zugebracht, mit dem Senat und den Bezirken Verträge zu machen. 120 Stück an der Zahl. Damit die Bauerei überhaupt losgehen kann. Dabei galt es ursprünglich doch eigentlich als so wichtig, dass es mit dem Schulneubau ganz schnell geht und der jahrzehntelange Investitions- und Sanierungsstau endlich ein Ende hat. Die Sache muss und wird mit Hochdruck angegangen, war eines der vielen schönen Versprechen der damals rot-rot-grünen Landesregierung. Verträge haben Vorrang. Und genau deshalb holte man sich mit der landeseigenen Wohnbaugesellschaft Hovoge ja auch einen Partner ins Boot, der zwar mit Schulbau bis dahin nichts am Hut hatte, aber eben kräftig und zügig anpacken kann. Nun ja. Während der ewigen Verhandlungen haben die, die sich aufs Schulbauen verstehen, allen voran die zwölf Berliner Bezirke, mal eben rund 40.000 neue Schulplätze geschaffen, womit sie ihren Part am Gesamtwerk bereits zum Großteil abgearbeitet haben. Die Hovoge dagegen steht erst am Anfang und läuft alles nach Plan, ist sie schon 2031 mit allem durch. Der zweite Grund, auf die Hovoge zu bauen, war angeblich der, nur so in großem Stil bauen zu können. Die verflixte Schuldenbremse verbietet bekanntlich allzu ehrgeizige Investitionsprojekte des Staates, weil die öffentliche Hand gefälligst zu sparen hat und das Geld nicht mit beiden Händen ausgeben darf. Also bediente man sich der Dienste der Hovoge, weil sie als städtische, jedoch privatrechtliche Gesellschaft Schulden im Überfluss machen kann. Ihr übertrug man ein Drittel des Projektvolumens, knapp 40 Neubauten und Sanierungen und nannte den Deal öffentlich-öffentliche Partnerschaft, ÖÖP. Dazu präsentierte man eine Hausnummer. Zusammen werde das Ganze 5,5 Milliarden Euro kosten. 4 Milliarden Euro sollten auf den Beitrag der Bezirke sowie der noch beteiligten Berliner Immobilienmanagement GmbH BEM entfallen. Und 1,5 Milliarden Euro auf die Hovoge. Ganz am Anfang war gar bloß von einer Milliarde Euro die Rede. 6 Milliarden für Zinsen Und heute? Inzwischen weiß man, dass die Hovoge nicht nur extrem lahm baut, sondern auch extrem teuer. Im vergangenen November meldete die Berliner Finanzverwaltung auf Anfrage der mittlerweile oppositionellen Linke und Grünen Fraktionen einen Bedarf an Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von ca. 11,7 Milliarden Euro an. Wohlgemerkt, es geht dabei allein um die Hovoge. Die veranschlagt fürs reine Bauen 5,6 Milliarden Euro, während der große Rest knapp 6 Milliarden Euro für die Refinanzierung der Kredite draufgeht. Unterstellt wird dabei ein Zinssatz von 4 Prozent. Es könnten aber auch 6 oder 7 Prozent werden. Läuft es schlecht, kommen also mithin noch ein paar Milliarden Euro um drauf. Für den Steuerzahler. Zum Mitschreiben. Aus einer Milliarde Euro werden, stand jetzt knapp 12 Milliarden Euro. Damit handele es sich, wie der Verein Gemeingut in Bürgerinnenhand GIB festhält, um die deutschlandweit größte Kostenexplosion in einem Infrastrukturprojekt seit 20 Jahren. Oder anders. Der BER des Schulbaus. Der Hauptstadtflughafen verschlang jedoch nur geschätzte 7 Milliarden Euro. Die gesamte BSO wird mindestens das Doppelte kosten. Finanzstaatssekretär Thorsten Kühne sieht das ganz unverbissen. Eine Milliarde Euro pro Hovoge sei seinerzeit nur eine grobe Kalkulation gewesen. Keine seriöse Summe, gab er Mitte Mai Bescheid. Und warum machen es die Bezirke um vieles günstiger, trotz der enorm gestiegenen Baukosten? Die lieferten nur Arbeit von der Stange ab, in Typenbauweise, so der CDU-Politiker. Hingegen nehme sich die Hovoge nur die großen Projekte vor und jedes Mal werde ein individueller Architekturwettbewerb ausgeschrieben. CDU-Märchenonkel Aha, sowas braucht Berlin natürlich. Und das geht natürlich ins Geld. Aber in der Größenordnung. Von den ersten 25.000 in klassischer Finanzierung und in Regie der Bezirke entstandenen Schulplätzen ist die Endsumme auf Anfrage der CDU-Fraktion im Jahr 2022 bekannt. 907,7 Millionen Euro. Die Hovoge will 28.000 Plätze beisteuern und kalkulierte auf Basis des 2022 Kostenansatzes im Neubau pro Schulplatz mit 123.513 Euro. Auf Grundlage der neuen Senatszahlen sind es jetzt 215.385 Euro. Die Bezirke gaben gerade einmal 36.600 Euro pro Platz aus. Nach GIB-Recherchen wird ein Platz im Hovogebetrieb teilweise mit dem Zehnfachen des Bundesdurchschnittes zu Buche schlagen, obwohl sich die reinen Baukosten auf vergleichbarem Niveau bewegten. Die Diskrepanz kann nicht einmal der kühne Märchenonkel aus dem Finanzsenat erklären. Glaubhafter erscheint das, was GIB-Sprecher Karl Wasmuth dazu einfällt. In Berlin findet gerade eine der größten Banküberfälle der Geschichte statt. Gelingt es den Tätern zu entkommen, steht die Stadt vor der Pleite. Dabei ist es nicht die Bank, die überfallen wird, sondern Banken und Baufirmen überfallen gemeinsam die Stadt. Sie haben Geiseln genommen, insgesamt 40 Schulen in ihre Gewalt gebracht. Und die landeseigene Hovoge schleppt die Geldsäcke aus der Staatskasse zu dem Privaten. Zitat Ende. Das ist keine Räuberpistole, sondern Haushaltspolitik nach Machart und Gusto von Finanzindustriellen. Bei der BSU läuft das im Gruben so. Das Land Berlin überträgt der Hovoge für passende Grundstücke ein Erbbaurecht, um dort auf eigene Faust Schulen zu bauen oder instand zu setzen. Nach Fertigstellung vermietet die Hovoge die Gebäude ans Land zurück und begleicht aus den Einnahmen die Zinsen für die Kredite, die sie teuer am freien Kapitalmarkt aufgenommen hat. Erst nach 25 Jahren gehen die Objekte wieder in Landeshand über. Der Senat spart sich damit zwar zunächst hohe Investitionskosten, muss aber für dieselbe Leistung auf lange Sicht sehr viel mehr Geld berappen. Im Matheunterricht liefe so etwas unter Milchmädchenrechnung. In Berlin nennt man das seriöse Haushaltspolitik. Sigma lässt vordenken. Es war anno 2016 von Beck-Die Linke in Person von Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lombscher, die das Modell als tollste Errungenschaft pries. Was sie vielleicht nicht ahnte, die Vorarbeiten wurden schon zwei Jahre davor geleistet. Durch Handlange von Banken, Versicherungen und anderen Investoren, die nach neuen profitablen Anlageformen fahndeten. Allerdings waren allzu raubeinige Privatisierungen, etwa in der Art öffentlich-privater Partnerschaften, kurz ÖPP, ziemlich in Verruf geraten. Gebraucht wurden Privatisierungen, die nicht so heißen und nicht so aussehen dürfen. Speziell in den Bereichen der öffentlichen Daseinsvorsorge, die bislang von Übergriffen der Reichen und Mächtigen verschont geblieben waren. Die 2014 vom früheren Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel von der SPD bestellte Fratzschner-Kommission aus marktliberalen Ökonomen und Vertretern der Finanzbranche, Benannt nach dem Präsidenten des Deutschen Institutes für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratzschner, fungierte als die Denkfabrik, die beispielsweise die spätere Quasi-Privatisierung der Fernstraßenbauverwaltung in Gestalt der zentralisierten Autobahn-GmbH des Bundes auf den Weg brachte. Aber die Damen und Herren schmiedeten weitere Pläne, darunter den, Schulen zu Kapitalanlagen zu machen. Gabriel beauftragte dafür diverse Gutachten bei den Unternehmensberatern von PricewaterhouseCoopers PVC und der Wirtschaftskanzlei Graf von Westfalen GVW. Darin wird beschrieben, wie sich neben Fernstraßen auch staatliche Schulen in hochprofitable Anlagen für die unter den Niedrigzinsen ächzenden Banken und Versicherungen verwandeln lassen. Die Autoren postulierten dabei die Notwendigkeit eines Intermediärs in Gestalt eines staatseigenen, aber privatwirtschaftlichen Unternehmens, das die fraglichen Infrastrukturprojekte im Sinne der Anleger bündeln und strukturieren müsse. Flux erblickte ein eigentlich altes Konzept, nämlich ÖPP, unter neuem Namen, jetzt ÖÖP, das Licht der Welt und wartete auf seine Umsetzung. Die Berliner Schulbaumisere kam da wie gerufen. Und es traf sich noch besser, dass der bis November 2014 bei PVC als Senior Advisor wirkende Matthias Kollatz ebenfalls von der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands nahtlos Finanzsenator der Hauptstadt wurde und seine Parteikollegin, der bei der BSO federführenden Bildungssenatorin Sandra Scheers mit Rat und Tat zur Seite stehen durfte. Jedenfalls stellte die mittels einer Kommission für mehr Schulraumqualität fest, dass es dringend mehr Platz für jeden Schüler brauche und schätzte den Bedarf für das nächste Jahrzehnt auf zusätzliche 84.000 Plätze. Die Ansage war maßlos übertrieben, mitunter um 30.000 zu hoch gegriffen, weil sie einfach die Flüchtlingszahlen von 2015 auf die folgenden Jahre extrapolierte. Das war zwar Unsinn, half allerdings den politischen Handlungsdruck zu erhöhen und den Berlinern die Hovoge als unverzichtbaren Intermediär mit Ö-Label für vermeintlich öffentlich aufzutischen. Und so schuf man einen Schattenhaushalt per ÖPP, pardon, ÖÖP, nach dem Rezept von PVC, sagt Wassmuth. Und man schloss Verträge mit dem Senat und den Bezirken ab, um 40 Schulen, die womöglich erst über ein Jahrzehnt später alle errichtet sein werden, an Banken, Versicherungen, Hedgefonds und andere Heuschrecken zu verpfänden. Der GIB-Sprecher legte nach. Wenn die Hovoge ihre exorbitant teuren Schulen, die viel größer als üblich sind, fertig hat, sinken übrigens die Schülerzahlen in Berlin wieder. Was nicht sinkt, sind die Zahlungen an die privaten Baukonzerne und die Banken. Bankraub eben. Zitat Ende. Regieren macht vergesslich Ach ja, GIB wollte auf Basis des Informationsfreiheitsgesetzes IFG Einblicke in die Verträge nehmen und ist abgeblitzt. Nach acht Wochen Bedenkzeit war der Finanzverwaltung aufgefallen, dass durch die Offenlegung der Inhalte Betriebs- oder Geschäftsinterner der Hovoge berührt werden würden. Dadurch könne dieser ein nicht nur unwesentlicher wirtschaftlicher Schaden entstehen, verlautete es aus der Behörde von Finanzsenator Stefan Evers, diesmal von der CDU. Wenn das stimmt, was am Hovoge Schulbau ist, dann bitteschön öffentlich, fragt sich Wasmut. Und warum hält mit der CDU jetzt eine Partei die schützende Hand über das Projekt, obwohl sie die Hovoge-Einbindung vor Jahren selbst in Zweifel gezogen hatte? Nun heißt es, mit der Konstruktion sei ein Parallelstrang ausgerollt. Daran gäbe es auch in der schwarz-roten Koalition keine Abstriche. Bald auch noch ÖPPs. Es soll sogar noch besser kommen. Staatssekretär Kühne kann sich vorstellen, dass auch private Unternehmen in den Schulbau und sogar den Unterhalt der Schulgebäude einsteigen. Die Senatsbildungsverwaltung wolle eigens eine Studie in Auftrag geben, um Potenziale von Public-Private-Partnership-Modellen im Schulbau zu prüfen. Dafür seien 100.000 Euro reserviert. Ein Blick zum Kreis Offenbachs sollte ihm die Augen öffnen. Dort ist ÖPP im Schulbau krachend gescheitert. Die hochverschuldete Kommune blieb auf gewaltigen Mehrkostensitzen und die beteiligten Unternehmen strichen 120 Millionen Euro Gewinn ein. Der Irrsinn endete 2019. Daraus zu lernen, hieße, umgehend die Berliner Schulbauverträge zu kündigen, so wie es GB fordert und jeder Berliner fordern müsste. Man ahnt es. Kühne und Konsorten werden sich lernunwillig zeigen. Zurücktreten. Sechs. Eine persönliche Anmerkung der Sprecherin. In der Regel lehne ich persönlich das Gendern ab. In diesem Fall habe ich jedoch den Originaltitel des Vereines übernommen. Er heißt tatsächlich Verein Gemeingut in BürgerInnenhand GIB. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.